Wo wir hingehen werden, brauchen wir keine Augen, um zu sehen. Noch lieber einen Übergang in eine andere Dimension. Eine Dimension des absoluten Chaos. Der absoluten Gefall. Und jetzt ist es Zeit, dahin zurückzukehren. Ich weiß, wir wissen gar nichts. Wir wissen nur ein Wort. Die Realität ist viel, viel schlimmer. Die Realität ist viel, viel schlimmer. Die Realität ist viel, viel schlimmer. Habt ihr das gemacht? Habt ihr das gemacht? Schieße kommen! Habt ihr das gesagt? Habt ihr das gesagt? Ja! 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 Ich höre es! Weißt du was es ist? Es zeigt dir Dinge. Durchbare Dinge. Was tut es? Das Dunkle, das Dunkle in mir, von der anderen Seite. Ich werde nicht mehr hin, ich werde nicht mehr hin. Es gibt keinen Ort. Der Übergang ist offen. Und Sie kommen alle mit mir mit. Der Übergang ist offen. Der Übergang ist offen.